Los, los! Oh Mist. Oh verdammt nochmal! Die geben wohl nie auf. Das tat bestimmt weh. Oh, wie fühlt sich das an? Oh! 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 Oh Gott! Oh Gott! Oh Mann! Granate! Ah, das könnte helfen. ретcher crack Ah! Ah! Mann! 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 Ah, Mann! Das war ein Riesenfehler. Allerdings. Hätte vor der Brücke drehen sollen. Sehr witzig. Oh, komm her. Ich zeig dir was. Das Ding läuft noch? Aha. Schau mal her. Okay, siehst du dieses Hafengebäude? Dort mussten alle Schiffe, die hier anlegten, ihre Ladung löschen. Wenn der Schatz von Eldorado also hierher kam, dann wurde er genau hier entladen. Warte mal. Was war das? Was? Zurück. Ja. Stopp. Aha. Das da. Damit können wir abhauen. Komm mit. Wieso denn abhauen? Gibst du auf? Hallo, unsere Freunde sind leider in der Überzahl. Bisher ging's doch gut. Ich weiß nicht. Elena, ich hab absolut keine Lust, dich auf dem Gewissen zu haben. Also los. Ach, komm. Du kannst ja aufgeben, wenn du willst, aber schieb's nicht auf mich. Gut. Ich bin's, okay? Ich gebe auf. Kommst du oder nicht? Und das war's? Du willst einfach so tun, als wüsstest du nichts von Drakes, Schatz? Unser Leben ist wichtiger als das hier. Okay. Okay. Hör zu. Wir müssen auf jeden Fall zurück zum Hafen. Mach nicht so ein Gesicht. Streiten können wir später. Das wird toll. Halt's. Diesmal fahr ich. Okay. Vorsicht! raus! Ah! Pass? 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 Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's für heute. Da ist es! Ja, jetzt müssen wir nur noch reinkommen. Ich hab mal was gelesen über einen verfluchten Inka-Schatz. Es könnte ja sein, dass... Sag jetzt nicht, du glaubst an sowas. Ich mein ja nur, hier ist was Schlimmes passiert. Eine ganze Kolonie verschwindet nicht einfach. Ja. Und wie erklärst du das? Danke. Finden wir es heraus. Ich bleib hier und pass auf das Fahrzeug auf. Versuch du doch mal einen Weg zu diesem Turm zu finden. Da ist er! Hey! Er hat keine Chance! Halt ihn auf! Okay. Er hat eine Chance! ok in ordnung was jetzt da ist er das ist ein ende da ist er er in einem fest ok 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 Er kommt raus! Oh man! Er kommt raus! Er ist hier! Er kommt raus! Hier unten! Alles klar? Ja! Ja!